Warum setz ich den Helm öff? Bescheuert ist. Warte mal, bis langsamer. Schaut langsam fahren. Hab jeden Tag. Hä? Was machst du denn du? Was machst du denn du? Was machst du denn du? Kommt du. Was machst du denn du? Was machst du denn du? Weißt du vielleicht was das Schild bedeutet? Keine Ahnung. Scheiße. Ich hab bloß ein Furtzeug am Rischi. Ich hab bloß ein Furtzeug am Rischi. Warum? Wenn es in der써f Man kann richtig fliehen. Ich hab grad gewundert ihn, wieder zu werden. Ich werde far mehr zu vertrauen. Unsch cuántst? 1 Oh, was? Ich will ja noch. Ich schwirn ja noch. Hab so ein paar Sachen mehr spannend, wenn ich losgehe. Oh, was? Ich komm doch noch mehr Spannung zu sehen. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Das kotzt mich schon wieder an mir! Was denn? Hey! Ich will jetzt mal nur wegfahren! Greif nicht an den Krümmen ran, also wenn du deine... Oh Junge! Mit deinen Handschuhen! Ja, klasse! Jetzt hab ich die scheiß Spur von dem Handschuhen dran! Es kotzt mich schon wieder an! Es kotzt mich schon wieder an hier! Wie kann man die... Verschissene Scheiße, ich rast gleich aus hier! Was ist denn das hier? Es kotzt! Der Fürst noch! 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 Ich kann gar nichts fragen. Ich geh nochmal runter. Ich kann gar nichts sagen. Oh, ich habe hier. Oh, Junge! Ja! Das war quasi noch besser! Hab ich die drauf? Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habe ich Schnee in die Schuhe. Wir haben jetzt Elektro-Pike. Du bist ganz uncool. Scheiße. Wir fahren jetzt eh. Mach aus, wir fahren jetzt eh. Aber was macht ihr? Wir fahren jetzt auf. Das ist eine Blinge. Oh! Fuck! Ha! Das ist eine Blinge. Das ist eine Blinge. Das ist eine Blinge. Das ist eine Blinge. Wir werden sonst auf 24 Uhr zurückziehen.